das volat wir bauen eine kerze ok ist gerade ein bisschen stressig für mich ich hoffe die auch mal gestartet äh ja hat sie ok dann muss ich wollen ein bisschen lauter eine kerze steht besteht aus dort das heißt wir bauen das wolle und alle 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 ein ein so das jetzt funktioniert dann so 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 Teppich, so soll das Wax symbolisieren, so dann ähm, Holz, äh, die Musik passt, so perfekt, Oh Gott, so, meine Kerze, vielleicht hier so ein bisschen, ups, äh, hä, so, Hallo, voll, oh nein, so, ja gut, das ist voll, das ist halt so ein bisschen verpackt, mhm, Das ist halt eine Kerze, was soll man da bauen, Mensch, holen wir jetzt ein bisschen, oder, oder, dann bauen, äh, ups, Oh, muss man es verließen, scheiße, so, so, so,什麼, so ach scheiße holz und vorher soll er scheiße hat so gedacht dass er so aussehen soll wie so ein paar hat ob das anbauen würde ja es ist ok ja ok es muss es einmal gut sich ja das war geil so gut dass mir gut das war geil so gut Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Und ich denke, er baut hier gerade so. Der Mensch hat keine Beine. Oh, der Schmerz sitzt noch tief. Eigentlich ist mein Ziel, immer nicht letzter werden. Ich gebe dazu, ich brauche nicht so gut. Aber so schlecht. Heilige Mutter Maria. Das ist ein richtigermaßener Kopf hier. Boah, Alter. Ich bin ein bisschen... Ich bin ein bisschen schwachlos. Ehrlich sein doof. So... So... Ähm... Ich brauche mir das Gesicht hin. Ah, komm. Dann ist der... Äh... So... 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 Und... So... 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 so ein hier ist ein A-Cilinder so man so oh so nein oh gott es ist ok ja hey gut sind natürlich oh du der Zonntöl ist wieder da es ist wieder einmal schon zu gehen ist ok ja ist jetzt nicht so vielleicht mal besser ich will von der Zeit immer oh gott scheiße das die hand sieht scheiß aus doch man hm 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 ja okay ja es ist mit dem hut ist sie für drei seiten fahren auch kommen ich hätte wirklich gedacht wäre besser ich wünsche euch trotzdem noch ein schönes nachträgliches Osterfest, wir sehen uns beim nächsten Mal noch, hau rein, bleibt gesund und schönen Tag noch, tschau!